Jo moin Leute. Danke Zug. Ich fang nochmal neu an. Jo moin Leute. Willkommen zum großen Preis der Formel 1 in Kanada. Das Coolify heute Abend um 19.55 Uhr. Also um 20 Uhr. Willkommen zu den Tipps. Erster. Bottas. Zweiter. Riccardo. Dritter. Verstappen. Und vierter. Sebastian Vettel. So das waren die Tipps für heute Abend für das Coolify vom großen Preis von Kanada. Ich würde mich gerne über ein Abo freuen und über ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Tschö. Tschöt.